jo leute herzlich willkommen zurück zu einer runde lucky rush mit dabei wieder der basti und ihr habt euch ja gewünscht noch mal die ghostbuster luckyblocks zu sehen und da dachte ich mir komm wir machen jetzt einfach eine runde mit einem ganzen inventar voller plus hunderter sinnlos weil gar keine blöcke da rauskommen ja hätte sie mal was gesagt ach da kommt bestimmt was raus dann haben wir bestimmt glück naja ich habe nur waffen ja ich habe jetzt tnt rausbekommen oh ja jetzt ich auch vielleicht reicht es ja wenn wir glück haben aber oh da kommt schon mal was gutes raus setze es einfach direkt hin ja wenn es nicht klappt dann klappt es halt nicht gut es kommen gerade nur die waffen raus ja ganz so mal gucken vielleicht haben wir jetzt mehr glück nee das ist ein deer horse oh das könnte ich nee das kann ich nicht abbauen ich habe leider die protonen kanonen kann ich alle eigentlich weg ich komme auch ein bisschen weiter vor nice so oh gott was was also ich habe jetzt bisher einen neuen tnt damit komme ich jetzt nicht weiter ja ja naja dann wenigstens einer glück du kommst dann halt nicht in die mitte wow was habe ich jetzt gemacht na toll ich habe irgendwas komisches naja gut jetzt mal hier hin vielleicht klappt es ja ich hoffe jetzt nur dass das ding nicht los geht oh nein oh nein kaputt äh nein was sollte los gehen ne ne das tnt weil hier gerade lava gespawnt ist wow jetzt habe ich was nices bekommen oh ja ich habe auf jeden fall blöcke ja wow es ist alles nice was du hier bekommst hä es ist alles nice was du hier bekommst ja ne ne ich meine ich habe jetzt guck mal was ich gespawnt habe was oh nein oh nein es brennt es brennt ok na egal ist da noch irgendwas ne ok ich könnte ja jetzt theoretisch das holz abbauen um dann irgendwelche rüber bauen zu können na komm das dürfte funktionieren oh da ist ein basti der hat schon zeug ja aber ich komme nicht weiter wow ich habe keine gescheite rüstung bis jetzt nur zwei teile und die nicht mal enchanted ok ok ist das ball aha also bis jetzt habe ich echt kein glück so von der rüstung her was könnte ich da jetzt habe ich nur drei stück glück oh gott hä kein glück ich habe eine idee wie ich vorwärts komme oh ja jo ich probiere es jetzt einfach so wenn nicht muss ich halt noch die hälfte von diesem haus hier abbauen beziehungsweise ich habe jetzt eine pickaxe da kann ich dann einen kabelstone holen so so hab's geschah what the fuck komm her wow wow nein ok das ist gut jetzt kann ich hier mal noch ein bisschen abbauen das hilft mir sehr auch wenn es jetzt echt nicht viel bringt das sind sinnlose kombinationen gewesen oh lol ich habe was gutes ich habe dasselbe wie du ja was denn ach so wieso sinnlose kombinationen ich finds cool ne weil du einfach zu wenig blöcke hast um rüber zu bauen ja und ja und wenn keiner in die mitte gekommen wäre ja dazu gehört halt glück so jetzt hole ich mir noch ein einmal das und das oh jetzt bin ich tot ups bei mir fackelt ein bisschen arg viel ab hier oh shit ok ok nix bei mir fackelt grad ok 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 jetzt sollte ich vielleicht mal 27 27 ich habe einfach keine ich habe einfach keine dinge bekommen lol jo er hat einfach eine komplette rüstung was heißt eine komplette rüstung von dem und das andere ist nicht mal verzaubert ja 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 jetzt muss ich auch mal irgendwie rüber kommen oh nein kommst du nicht rüber doch wieso weil du so komisch gelacht hast ja 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 er one hitted mich einfach ja ja ne mit hä wieso Hä hier ja ich versteh es einfach nicht warum ich die ok gut die rüstung halt ne Ja, ey, selbst, ey Das ist doch lächerlich Warum? Ey, das ist doch nicht nochmal normal, man Alter Ja, was hast du dir wieder genommen, man Ich habe einen Goldapfel genommen Ja, wieso mache ich den Nullschaden? Du machst mir Schaden Ja, klar Aber ich habe nur Knockback Jo, alter Ups, respawn Ja, komm Ja, komm Hey, ich habe dich nicht mal gehittet Ich bin in dir gelandet Weiß ich wenigstens da, wo deine Wolle noch nicht ist Ja, ey, das ist so verflucht lächerlich Da ist nicht lächerlich dran Alles gut Ups, pam Ey Naja, das macht so keinen Sinn Also ab nach drüben So, mal schauen, ob ich hier was reißen kann Okay Ja, das wird jetzt scheiße Okay, doch nicht Ups Ist deine Wolle erreichbar, wegen der Struktur Also die Struktur Ja, ja, meine Wolle ist erreichbar Ja, auch wenn da Lava ist Ja Gerade, weil da Lava Nein Hä Sie ist auf jeden Fall erreichbar Nein Jetzt ver... Wieso bin ich so ein Deppunfall darunter Ey, kein Spawnkittel Ja, da kommst du... Du kommst hier nicht rein Wo rein? Ja, unten rein Tja Sie ist auf jeden Fall erreichbar Glaube ich irgendwie nicht Doch, doch Ist echt so Na dann Jetzt brauch ich erstmal wieder Blöcke Alter Magst du kurz vorm Ausrasten? Ne, wieso? Alter I survive Hey, ich verstehs nicht, wo die Wolle ist von dir Ja Tja, ja, ja Das gibt halt keinen Sinn Wieso nicht? Ja, da ist Lava überall Ja, und? Ja, wie, ja, und? Wie willst du da bitte hinkommen? Nein, deine Wolle ist weg Ja, und wie soll ich zu deiner kommen? Wo ist die? Die ist einfach so billig versteckt Die ist so richtig billig versteckt Hab ich die nicht, sorry Tja Ja Dann, äh, ist das Die ist hier nirgends Wo ich schon geguckt hab Ist dich Ah Ja Es ist halt sinnlos zu suchen Nach etwas, was es nicht gibt Nach etwas, was es nicht gibt Ja, wo ist die? Sag es mir Ich sag dir gar nichts mehr Immer wenn ich dir Tipps geb Gewinnst du Ja, sag mir wo sie ist So, und damit hab ich gewonnen Endlich Mal wieder Ja, das ist schön natürlich Wenn ich 10 Stunden am suchen bin Wo ist die Wolle? Warte Jetzt zeig ich dem lieben Bastino wo die Wolle ist Komm mal mit So, ich war hier unten Kommst hier Dann Ach so, mhm Geh weg Sag Hä, wo? Ne, warte Ah, ne, andere Seite, andere Seite Da Ah, ok Gut, ich hab nichts gesagt So, Leute Wenn es euch gefallen hat Gebt dem Video einen Daumen nach oben Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss